Fucking hell, what is the German way of saying it? Okay, xLight fucking hell is like... Fucking light is like, ach du Scheiße. Oh, ich hatte gerade eine schöne Arschaufnahme. Oh, hallo. Was soll das eigentlich sein? Ist auch mal irgendwie so, wirst du mehr so. Oh, Alter! Ah! Ja, komm mal rein! You're so fucking precious when you smile. Wie der Conor an die Kamera kommt. Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh Gott, was passiert gerade? When you have to eat for my mate, Arag. Re toil. Put your hands being rash yourself for them. Brick thesz. Shut up! Der Zug, der Zug, der Zug. We try your best, but you don't succeed Dein Bein ist vertreten Das steht denn auf der Schleife! Halt den Ton! Hä? Hä? Was? Was für ein weiblicher Schrein Was? Helga, gib mir ein... Du gehst für dich! Oh mein Gott! Das ist schön Das ist wuschendig Helfer! 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 Ah! Du gehst auf und raus! Ah! Aber nicht! Noni! Ah! Holter statt! Ich seh den nicht, ich seh den nicht! Ja! Ich hab jemanden getroffen! Hallo meine Frau! Doch doch doch! Doch doch doch! Aber da kam dann jemand anders! Das ist das, was mich am Betty 4. nervt! Man ist in einem Zweikampf und ein... Wir, 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 wir... Wir wissen was ASMR ist! Da kannst ihr Spaß und der Schutz doch schon geiler wird für mich! AYBATTROSS! Wer ist der Albatross? Ich bin der Albatross! Alles klar soweit im BH? Ja. Alles gut. Alter Schwede, ich bin in irgendeiner anders Welt hier so. Wie das so hört. Mit Q habt ihr so richtig. F kann man jetzt trinken und nicht mehr auf der Maus. Habt du rot Geografie studiert? Haftbefehl? Nein, 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 der heißt nicht Haftbefehl, der heißt... Okay, entschuldige bitte. Haftbefehl? Haftbefehl? Und dann cutt der da, wie heißt... Amkulama. Analfistel. Es brennt! Es brennt! Es brennt! Oh, Harald. Ey, Harald, was hast du requested, ne? Was denn? Deine Mutter ist ein Vater. So... Das wäre schön. Das wäre schön. Ah! 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 Enggerecht! Ah! Wow! 某 Polizio De Elevieren. Oh nee. Oh nee, hee! Gernимся! Schlecht! Stan wie es mauerend träge Was ist das für eine fucking Arsch-Scheiße? Willst du den vielleicht auch noch nehmen, Harald? Für deinen Arschloch! Das ist normal, ich farme dieses Verwärtsschwert schon 100 Milliarden Jahre mit einem Scheiß-Drecks-Fast-Di-Potzen-Füger und jetzt tropft dieses dumme Kack-Mist-Dummes-Scheiß-Ebolag-Ferb. Wenn ich mit dem Drecks-Kack-Budu hier drin bin, ich fick dem Scheiß-WOW-Entwickler in seine dummen Fresse rein. Russischer Zupfkuchen. Oder Käsekuchen mit Kirschen drin. Oh Gott, oh Gott, ich bin gerade so gerührt, ich könnte gerade weinen. Was kann man an der Muschel machen? Liebe Zuschauer, der Harald fragt, was man an der Muschel machen kann. Kann da jemand helfen? Bitte jetzt, kann da jemand helfen? Oh, ich hab im Flug mein T-Shirt drauf. Oh, was ist, was ist, was macht das? Wenn ich Bride lese, muss ich immer an Essen denken. Es gibt doch dieses türkische Pide. Pide, aber... Pide? Nicht Pride. Das ist eine Lüge. Oh Gott, hier ist gerade eine riesige Spinne in meinem Zimmer. Okay, 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 okay! Alles klar, ich bin nicht da... Oh, das ist doch nicht wahr! Meine Hosen sind rot. Das verpacke und so alles. Oh Gott, der Japaner. Guck dir gleich guter sehen. Nice! Da können wir schon mal abschleckern. Was steht das aus? Was ist das denn? Oh! Oh! Was ist das denn? Ich kann auch in meiner Instagram-Story dann Fotos von dem Essen machen. Falls ihr das sehen wollt. Das sind Bramwolle, eindeutig. Irgendwann, ich sag dir, in ein paar Jahren Wrestling-Skandal. Wird überall in der Zeitung stehen. Oh, Harald. Harald ist auch eine Frau? Eine Frau, alles. Fällt der so tief? Ja, gute Nacht. Harald, bitte. Also bitte. Bitte, Tom. Also bitte. Das ist doch dein Winkelings-Hobben. Ich bin halt ein frecher Frechdachs. Hä? Ich raff grad und einfach wixen. Ich raff grad gar nicht, was im Chat abgeht, aber okay. Winken und lächeln. 5 Euro! 5 Euro! 5 Euro! 5 Euro! 5 Euro! 5 Euro! Oh! Tom, ich muss das mal sehen. Wait, wait, wait. Oh, oh. Oh, oh. You can drive with me. I bring you to my home. We can boomsel together. Oh Gott, das ist so creepy. Das sieht ja so schlimm aus. Tom. Kann ich ja schon groß machen? Oh, oh, oh. Ich habe nicht. Oh, das erfahrt ich. Ich habe nicht gedacht. Ich habe heute noch keine Zähne geputzt. Und ich merke richtig, wie sich schon so ein Belag auf meinen Zähnen geliebt hat. Oh, Tom. Ich bin Trolli. Ey, das ist Trollis Place. Guck mal, wie Trolli den Place hinterlassen hat. Ei, ei, ei. Trolli darf. Alkoholproblem hat er auch noch. Ei, ei, ei. Ja, ich habe für die Victor und ich habe für die Star. Die Victor? Der heißt so, oder? Hey, Vicky, hey, what's up? Nein, der heißt Victor. Ich wollte den auch noch mitnehmen. Ah, sie hat mich. Sie ist angeschlagen, sie hat mich. Here we go. Der Dresor weiß nicht. Oha, wach ich so. Bitte, bitte, bitte. Hey! Sie wollten sich her und ich ging zerrassern. Jodel! Hey! Der Tresor? Ich hab nur einen Fernseher. Ja, wo ist der Fernseher? Sie können den Einkaufswagen nehmen. Nehmen Sie den Einkaufswagen und legen Sie den Fernseher da rein. Bleiben Sie stehen! Bett zurück und Hände hoch! Ins Bett? Oder auf mein Sofa? Auf das Sofa! Diese Fiskor stand mir sicher. Können Sie bitte auch den Müll mit rausnehmen? Wenn Sie schon da sind? Nein!